hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge transportfieber mit mir dem leo so wir waren dabei letzte folge wenn ich mich daran entsinnen kann hier ziegel also baumaterialien aber wir haben sie ziegelsteine genannt zu produzieren und das funktioniert auch gar nicht mal so schlecht wir haben aber viel 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 zu wenig schlacke woran genau das liegt weiß ich nicht es wird einfach zu wenig produziert so scheint es gut nichtdestotrotz machen wir gutes geld eigentlich letztes jahr haben wir fast 8 millionen verdient das sah doch gar nicht mal so schlecht aus nicht immer jetzt hier nach nürnbrecht und er fährt nach man zu der anderen city rüber aber das ist kein problem denke ich mal hier ist halt jetzt hier mächtig verkehr das ist echt sehr cool noch geiler wäre es eigentlich wenn ich den durchfahrtbahnhof hinkriegen könnte aber ich glaube wird die kurve hier zu stall sein wenn ich die kurve dann hier so so mache das wird nicht funktionieren das wird das wird nicht gehen das wäre schon cool das wäre schon geil weil die dann hier einfach so durchfahren können die ganze zeit züge das wäre schon cool okay dann wollten wir nicht noch den steinbruch hier anschließen das war auf jeden fall eins unserer erklärten ziele diesen steinbruch da sollten wir auf jeden fall mit angeschlossen haben die frage ist halt ob eine stadt wir haben ja zurzeit nur eine stadt ob die ausreicht um den hier so weit zu fördern dass er halt genug baumaterial produziert so dass es ja für uns lohnt das anzuschließen ich bin mir da nicht sicher gerade aber probiert einfach aus und dann sehen wir auch weiter ich würde sagen ja wir haben jetzt mittlerweile echt ein gutes einkommen das ist der schlacke geine ja genau die frage ist wie machen wir das am besten hier so wenn wir hier die kurve hinkriegen könnten das ist echt super ich glaube dass das wird so zu wenig sein aber wir probieren es einfach mal aus ja warum nicht möglich okay das heißt wie müsste ich das bauen damit ich hier eine blöcke rüberkriege jetzt geht es würde ich ja eine blöcke rüberkriegen es kostet mich aber 100.000 der vorteil ist aber wenn ich jetzt da runterfahre na das ist schmarrn das mag ich nicht sind wir sicher dass wir hier das nicht rüberkriegen und wo müssen wir das dann machen ungefähr von hier möchte das nach da warum machst du das nicht mach das ich hasse dich wenn wir das von hier zu machen geht das krümmung zu groß da war mal irgendwas möchte keine steigung sollte eigentlich nur dass er da rein fährt quasi kollision da müssen die die dinger müssten ab aber dann könnten das vielleicht so machen wenn wir sie halt immer noch eine kreuzung geben aber wir könnten nur ein ein kreuzpunkt haben war sie noch nicht 34 was im nachhinein sehr viel geiler ist ich höre schon wieder in konzentrieren tauschen hallo zug wie geht es ihr zug ich hoffe du hast einen schönen zack zug passt das so doppeltes segment ja das soll ja auch ein doppeltes segment sein mein freund so absolute kreuzung des todes hier nach da und nach da und hier so müsste es sein ne genau so dann mal weiter wollten hier zum steinbruch ne dann brauchen wir einen bahnhof wow es gibt neue bahnhöfe cool was macht das sind einfach nur anders aus wahrscheinlich naja aber nur für dafür gute bahnhöfe gibt es keinen neuen ok das ist egal das ist richtig richtig so wenn ich das da dran schließe kann ich das da dran so 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 sims funktionierend so 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 Zack. Okay. So, das heißt, der fährt da rein und fährt da wieder raus. So ist der Plan. Sollte eigentlich an sich auch funktionieren sofort. Hier müssen wir das machen ungefähr so. Oh, das passt wahrscheinlich nicht mehr rein. Ja, der ist viel zu lang. Der passt da nicht mehr rein. Oh, verdammt. Dann müsste ich das noch mehr drehen. Ja, das kriegt wahrscheinlich auch nicht. Ja. Trimmung zu groß. Dann müsste ich das abreißen. Gucken wir mal, wenn ich das komplett abgerissen kriege. Trimmung zu groß. Ja. Dann kriegt die Kurve nicht. Soll ich da rein? In den da rein. In den da. Oh, komm. Ohne Witz. Das funktioniert aber ab und zu echt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt so. Und dann sage ich, du machst dich da rein. Genau. Und dann machst du dich hier rein. Geht natürlich nicht. Geht natürlich immer noch nicht. War nicht möglich. Okay. Ja, das ist nicht ganz das, was ich haben wollte. Ja, ja, fast. Ja, fast. Ich glaube hier und da. Da. Ne. Ne. Okay. Noch einmal, weil alle guten Dinge drei sind. So. Wunderbar. Jetzt könnt ihr der Zug rein theoretisch da halten. Okay. So. Steine. Wir brauchen eine neue Linie. Haltestellen hinzufügen. Haltestelle 1. Und Haltestelle 2. Wärst du auch richtig, mein Freund? Lass mich das gucken. Fährst du das so. Und dann fährst du das so. Das nennt sich Steine. Tootsiegel nennt sich das Ganze. Okay. Sehr gut. Dann brauchen wir noch ein paar Signale. Und jetzt brauchen wir noch ein Zug. Züge kaufen. So. Wir waren dabei. Oh. Hier. Das ist ein Passagierzug. ne. Das kostet 1,5 Millionen. Was kostet der? Der kostet 5 Millionen. Das ist echt teuer das Ding. Boah. Der wär schon cool. Der wär schon, der wär schon Knorke, ne. Wenn wir den kriegen würden. Der wär schon Knorke. Dann müssen wir uns mal überlegen. Vielleicht werden wir das austauschen. Was fährt denn der? Der fährt 100. Der hier fährt 100. Und was fährt unser anderer Zug? Der fährt 90. Dann fange ich hier mit dem hier schon an. Was soll's. Und dann brauchen wir bestimmte Waggons. Ich denke mal Steine werden wir hier transportieren. Nein. Hier. Auch nicht. Hier. Steine. Steine hier. 1, 2, 3. So, um den Dreh würde ich sagen 64 Stück sollten reichen. Okay. Und dann eine Linie zu weisen. Steine, Ziegel. Steine, Ziegel. Steine, Ziegel. Und sagen wir, der soll da vollladen. Ja, ne. Steine, Ziegel. Zumindest am Anfang, dass er ein paar Steine mitnimmt. Das Ding sieht schon echt cool aus. Die wird's machen, ja. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Okay. Ich glaube, wenn ich das überall machen werde, dann werden wir sehr schnell pleite sein. Gehe ich mal stark von aus. Was fehlt uns jetzt hier? Hier fehlt uns wahrscheinlich jetzt Kohle, ne? Ne. Wir haben alles da. Wir haben Kohle da. Wir haben alles da. Das heißt, vom Prinzip her müsste der eigentlich produzieren können. Und der hier müsste eigentlich auch genug Stahl haben, weil es sind ja drei Züge hier. Ich schicke einen elektrischen Zug. Ah, okay. Cool. Einen elektrisch angetriebenen Zug los. Das haben wir. Das hat der Leo gemacht, hat er. So. Und letztes Jahr haben die 200 produziert, ne? Das würde ich gleich vergrößern. Ne, wirst du nicht, ne? Du magst mich halt nicht, ne? Ich weiß nicht warum, aber er mag mich halt nicht. So, wie sieht's mit unseren Autos aus? Gucken wir da mal kurz rein. Und der ist fast komplett verbessert hier. Holz zu Säge 2, Säge zu Werkzeug. Ist halt überhaupt noch nicht verbessert. Habe ich das nicht gemacht, dass wir sie verbessern sollen? Okay. Und Holz zu Säge sollte sich eigentlich auch verbessern. Aber die haben auch keine Lust dafür. Naja, gut. Aber, nein, die machen auch schon gut. Gewinn. So. Einen großen Schluck Kaffee nehmen. Und dann läuft das Ganze wieder. Ähm. Krass. Der ist auch auf 200 hoch, ne? Das ist schon Wahnsinn. Sehr schön. Ähm. Ja, es sieht ja nicht so aus, als ob sich irgendwo was staut, ne? Also vom Prinzip her müsste das eigentlich alles so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm. Ähm. Nur irgendwie haben wir, ich weiß nicht, zu wenig Stahl, würde ich sagen. Guck mal, jetzt geh ich. Was bist du? Oh, du bist der Schlacke-Mensch. Okay. Ich könnte natürlich, ne? Wir könnten, so als Vorschlag, hier die Schlacke abholen lassen. Hier hoch, ne? Hier. Dann von hier nach da rein fahren. Hier die Steine holen. Und dann da runter fahren. Und hier die Steine und die Schlacke wegbringen. Das würde natürlich gehen. Dann hätten wir da von oben die Schlacke abgeholt. Und hätten hier auch Steine immer. Das würde funktionieren. Ich müsste nur dann von hier einmal da so ein, 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 ein Dings einbauen. Das können wir uns überlegen. Das werde ich mir tatsächlich auch überlegen für die nächste Folge. Das so zu machen. Okay. Meine Freunde, du hast genug Steine geladen. Es darf, es darf losfahren. Ich glaube es dir. Ähm. Ähm. Oder es kann natürlich auch sein, dass, also wenn ich die Schlacke weggelebt habe, so wenig Steine da angefordert werden. Weil halt wirklich so wenig Baumaterialien benötigt werden. Das, ähm, will ich natürlich jetzt nicht ausschließen. Das kann natürlich sein. Oh, aber das wird natürlich dann schon echt ein, ein K.O.-Kriterium für uns, ne? Wenn da wirklich, wenn es daran liegt, dass das, ähm, ja. Weil es, äh, zu, zu wenig Baumaterialien angefordert werden. Aber eigentlich glaube ich nicht. Nachschubbewertung, was, was heißt das? Ja, aber an, an sich müsste das ja doch... Warte, 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 lass mal kurz gucken. Hier. Guck mal. Also die müssten eigentlich alle super versorgt sein. Ja doch, denn die sind versorgt. Finde mit. Na, die sind auf jeden Fall versorgt. Die haben auf jeden Fall ihre Ansprüche. Gut. So, du fährst nach... Ah, du bringst gerade Stahl. Okay, sehr schön. Das ist auch kein anderer Zug hier in der Nähe, wo das quasi querschießen könnte, ne? Ne, muss eigentlich nichts in der Nähe. Gut. Und es ladet auch nirgendwo anderes Stahl dazwischen. Das hatten wir nämlich auch schon häufig gehabt, das einfach irgendwo Stahl zwischenlagert. Aber das haben wir auch nicht. Wunderbar. Alles klar. Gut, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.